Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Donnerstag, der 5.01.2017 um 10.52 Uhr. Eben ist es 53 Uhr geworden. Ich näher mich immer wieder der normalen Zeit, wenn ich so überlege. Am Montag war ich glaube ich um 1 Uhr, dann um 12, dann um 11 und jetzt haben wir es schon um 10. Und morgen versuche ich mal zu 9 Uhr schon mein tägliches Video aufzunehmen. Ich bin gestern auch sehr vorbildlich um 12 ins Bett und habe glaube ich halb 1, dreiviertel 1, dann auch alles ausgemacht und die Augen zugemacht. Und heute versuche ich es wieder ein bisschen früher, wobei heute wird es wahrscheinlich schwierig, weil ich ja heute Abend in die Sneak Preview gehe mit Julia und dann nicht vor 11 zu Hause bin. Wir gucken einfach mal, wie das so alles klappt. Ja, geweckt wurde ich heute von einer meiner Nachbarinnen, zwecks Mieterhöhungsthema. Sie hat wohl wieder bei der Hausverwaltung angerufen und dort sagte man ihr dann auch die Frage, wieso denn die Erhöhung so unterschiedlich ist. Also es gibt Mieter, die haben eine Mieterhöhung von 5 Euro, dann gibt es welche, die haben eine Mieterhöhung von 50 Euro. Ich in meinem Fall habe eine Mieterhöhung von 80 und sie hat eine Mieterhöhung von 120 Euro. Wie kann sowas zustande kommen? Der einzig logische Hintergrund für mich ist ja, dass die Miete sich anhand der Mietfläche verändert, also dass man da irgendwie die Summen anpasst, dass es dann auf die Mietfläche gesehen in jeder Wohnung gleich ist. Aber die Aussage von unserer Sachbearbeiterin, zuständige Dame für dieses Haus war, dass die Eigentümerin oder Eigentümergesellschaft in dem Fall das so wollte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Eigentümergesellschaft sich jede Wohnung anguckt und sagt, so hier nehmen wir 100 Euro mehr und hier nehmen wir nur 10 Euro mehr. Und die im Erdgeschoss, die kostet 120 mehr und die im Dach kostet irgendwie nur 60 Euro mehr. Das kann ich mir nicht vorstellen, also das ist ein bisschen seltsam. Nichtsdestotrotz müssen wir da irgendwie dranbleiben. Ich habe ja gestern 38 Ausdrucke in die verschiedenen Briefkästen gestopft, damit jeder Nachbar was davon lesen kann, was ich hier gerade mache und was man vielleicht gegen die Mieterhöhung tun kann oder zumindest die Mieterhöhung hinterfragen sollte. Da sind jetzt auch schon ein paar Rückfragen gekommen, gestern drei Anrufe und eine E-Mail. Mal gucken, was heute im Postfach ist, das habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Und wir müssen da irgendwie uns bewegen, weil das geht einfach nicht. Also wir schauen mal. Der Anwalt hat gestern auch angerufen und meinte, wir sollen uns jetzt erstmal an die Bank wenden. Und es gibt wohl eine Deckelung und in dem Schreiben vom Mieterschutzboden steht, es gibt keine Deckelung und ach, das ist alles super spannend. Die Regierung ist dran schuld, dass die Förderung weg ist und ach, hör bloß auf. Also ziemlich wirr alles momentan und ich hoffe halt, dass sich das irgendwie lösen lässt und selbst wenn ich dann die 700 Euro zahle mal so einen Monat, dass das nicht jedes Jahr jetzt der Fall ist. Da habe ich echt keine Lust drauf. Aber wir gucken mal. Also momentan braucht sich da ein bisschen was zusammen. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe hier fürs Haus, wo die Leute auch reinschreiben und lesen. Und ja, dann gucken wir mal, was sich da wohl tun wird. Ich werde jetzt erstmal meine Buchhaltung machen. Angelika hat mich gestern gefragt, wie sieht es aus, kann sie das bis morgen fertig machen. Das werde ich jetzt auch erstmal tun. Meinen ganzen Buchhaltungskram für sie bereitstellen, damit sie das dann abrechnen kann. Und heute Abend geht es, wie gesagt, zur Sneak-Preview mit Julia und Timo momentan. Mal gucken, was kommt. Kino steht diese Woche auch noch zwei, dreimal auf dem Plan. Am Sonntag gehe ich sehr wahrscheinlich mit Andreas zu Assassin's Creed und mal gucken, ob Sebastian, also der andere Sebastian, der lange, blonde Sebastian, ob der Zeit und Lust hat, mit mir Passengers zu schauen. Mal gucken, wann er kann. Er hat jetzt erstmal gefragt, wann ich denn gehen wollte und bis jetzt kam da nichts zurück. Ich werde ihn gleich nochmal anschauen und sagen, hey, hey, sag mal was. Und dann gehen wir vielleicht heute nach dem Film nochmal in den Film oder wir gehen morgen oder wir gehen Samstag oder Sonntag, je nachdem, wie er Zeit und Lust hat. Wir gucken einfach mal. So, also dann wünsche ich euch einen schönen Donnerstag. Ein bisschen Schnee liegt noch auf den Dächern. Es ist scheinbar knackig kalt draußen. Und ich melde mich dann, wie gewohnt, am nächsten Morgen, also morgen am Freitag, irgendwann vor neun vielleicht. Ich versuch's. Ich versuch's wirklich. Also, bis dann. Tschüss.